Der BBW-Adventskalender, der Poho-Hodcast Türchen 8 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr auch schon euren Wunschzettel für den Weihnachtsmann fertig und abgeschickt? Heute nimmt euch Carola Koch mit nach Berlin Friedrichshain, wo Wünsche wahr werden und Weihnachtsmagie in den Straßen liegt. Viel Spaß! In Berlin herrschte eine eisige Dezemberkälte, als Lena beschloss, ihr Studium abzubrechen. Verwirrt und ratlos suchte sie nach einem neuen Weg. Zwischen den verschneiten Straßen und den Lichtern des Friedrichshainer Weihnachtsmarktes stieß sie auf ein Schild, das auf einen Bildungsanbieter, dem BBW-Bildungswerk, hinwies. Neugierig betrat sie das kleine Büro, das gemütlich und warm wirkte. Dort traf sie auf Frau John, eine einfühlsame Beraterin. Sie hörte zu, als Lena von ihrem Wunsch nach einer Weiterbildung erzählte, die zu ihr passen sollte. Frau John schien zu verstehen, was Lena suchte. Mit ihrer Hilfe begann eine Reise durch verschiedene Möglichkeiten. Sie erkundeten Kurse, Programme und Workshops, während die Straßen draußen immer weißer wurden. Nach einiger Zeit der intensiven Suche fanden sie schließlich die perfekte Weiterbildung für Lena. Es war, als hätte das Universum ihr ein Geschenk gemacht. Die Möglichkeit, ihre Leidenschaft zu verfolgen und sich in einem neuen Bereich zu entfalten. An einem verschneiten Abend, kurz vor Weihnachten, erhielt Lena die Bestätigung für ihre Teilnahme an der Weiterbildung. Überwältigt von Glück und Dankbarkeit, sah sie in den winterlichen Himmel und fühlte, dass diese Chance, die sie gefunden hatte, wie ein wahr gewordener Weihnachtswunsch war. Hat Lena euch inspiriert? Seid ihr auch auf der Suche nach beruflicher Weiterentwicklung oder Veränderung? Dann besucht uns auf www.bbw-gruppe.de Wir verabschieden uns für heute und freuen uns auf morgen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.